Romer Gott Marien wie geht es dir da unten letzten Mal ah in die Panos Alter du bist zum Wachs-Wachs-Wachs-Wachswechsel übergegangen Hähä Alter ich hab nur gesehen ich hab nur gesehen ein Shot Alter was ist los Marvin was ist schlapp oh scheiße ok ja die hab ich nicht gesehen da ich seh dich komm raus nein 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 du musstest tot sein nein warte mal kurz oh ich hab Granaten geworfen so bin wieder da wer war da Garten-Center umfrage eine Garten-Center-Umfrage ja eine Garten-Center-Umfrage wie sch- Garten-Center-Umfrage wieso geht das nicht mehr oh fuck ey komm Pistol-Runde nein Scheiße ich kann nicht zielen ich kann nicht zielen nein 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 in your fucking face bitch ja ja clapp ja 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 Verdammt, ich seh dich nicht Verdammt, ja WTF, ich sterb die ganze Zeit nur Tut mir leid, Marvin Oh, da ist was, ne Ja, Marvin Never, never, alter Was hast du heute vor, dass du so schlecht bist Willst du absichtlich verlieren, dass die Runde zu Ende ist? Ach, ja Natürlich, jetzt wechselst du zu Sniper, ne Das ist kein Sniper Und was ist dann? Ja Scheiße Nein Nein Das ist ein Gewehr, Junge Marvin Es ist nicht automatisch, also es ist ein Sniper Aber Das lass ich gelten Nein Was gibt's doch nicht? Wie ist eigentlich aus dem anderen vom Baller? Nein Fick ich Scheiße Mann Wieso steht vor mir ein Kochtopf? Das ist ein Sniper Marvin Was auch wenn ich dich töte, kannst du ja sehen, dass das ein Sniper Ja, du hast mich doch gerade getötet Nein Nein Das hat aber kein Visier drauf gefasst Ja, trotzdem ist das so ein One-Shot-Teil Ah, da unten Hey, ich dachte, du wärst den Raum, Mann Oh, Marvin Das macht keinen Spaß hier Warum? Weil du zu schlecht bist Guck mal, der steht 11, 21 Oh, Mann Oh, Scheiße Das ist nicht, Junge, ernsthaft So, nachladen Ja, superschön Wo warst du? Na ja, super, jetzt benutzt du den Sniper, ne? Ach, das bin ich Nein Komm raus, Marvin Was hast du das gemacht? Marvin? Ich muss jetzt erstmal den Aimboard anschalten Ja, ja Ja, ja Servus WTF? Mann, du bist noch ein Camper Ich bin kein Camper Was ist denn der Motherfucker, ey? Okay Ja Die Steht Let's a kill, let's a kill Let's a kill Fuck you Also steht 26 zu 15, würde ich mal sagen, ne? Ja, und zwar Und damit verabschiede ich mich Tschüss Marvin in an Eine Sie Tre Muss gut